Wir befinden uns jetzt hier an der Alpen-Main-Brücke und man geht hier nicht, wie man es sonst kennt, shoppen, sondern mit dem Shoppen verbindet man was ganz anderes. Björn, was macht man denn hier genau? Unser Brückenshoppen besteht aus diesem Glas und feinem Wein aus bester Lage, einem Silvaner. Und da treffen sich alle Menschen aus aller Welt auf dieser Brücke und genießen an einem Sommertag diesen gemeinsamen Wein und das Flair, was diese Brücke dann mit den Menschen verströmt. Also, sehr zum Wohl! Wir befinden uns jetzt hier an der Alpen-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main.